Besuch in der Klasse 9b der Don Bosco Schule in Steinfeld. Andreas Riedmüller von der LZO steht den Teenagern Rede und Antwort. Im Rahmen vom Projekt Medienprofi erzählt der Filialleiter aus Steinfeld den Schülern etwas von seinem Beruf. Was gehört zu seinen Aufgaben oder wie wird man überhaupt Filialleiter? Besuch Nummer 2 von der OV Reporterin Maike Scholz. Auch hier haben die Teenager Fragen wie beispielsweise, bis wann müssen die Artikel für die Zeitung fertig sein oder wie verhält sich die Journalistin bei einer Unfallberichterstattung. Also ich habe Abitur mit 13, also 13 Jahrgängen gemacht. Bei mir kam dann erst danach, wurde deshalb 12 umgestellt. Das heißt 13 Jahre Schule und dann habe ich nochmal drei Jahre studiert. Das Projekt Medienprofi ist ein Internetrecherchespiel der OV und LZO. Bald stehen die zwölf Finalgruppen fest. Die Preisverleihung findet auch in diesem Jahr im Mai in der Schauburg Cineworld in Vechterstadt.